Klinsing, Chefredakteur vom Frankfurter Börsenbrief. Guten Morgen, Herr Klinsing. Morgen. Die USA steuern erneut auf die Zahlungsunfähigkeit zu, auch wenn es keiner so recht glauben mag. Den DAX lässt das ziemlich kalt. Sind wirklich schon alle Probleme eingepreist? In den letzten 40 Jahren muss die Schuldengrenze ja über 27 Mal nach oben revidiert werden. Und das Hickhack zwischen den Demokraten und Republikanen ist ja altbekannt. Grundlegende Überzeugungen sind da wohl wichtiger als das Wohl des Landes. Und Obama hätte sich den ganzen Konflikt ja auch um sein Lieblingsthema der Gesundheitspolitik ersparen können. Wenn er mal etwas wirksamer mit den Staatsfinanzen umgegangen wäre, dann bräuchte er jetzt auch gar keine Kompromisse schließen. Aber er wird halt in die Geschichte eingehen als einer der größten Schuldenmacher aller Zeiten. Und die Börse reagiert am Montag etwas verschreckt, aber letztendlich wird sich auch dieses Thema lösen. Und das weiß die Börse. Und deswegen glaube ich nicht, dass das länger als bis Mitte der Woche irgendwie eine Belastung darstellen könnte. Heißt, die Schuldenobergrenze wird dann auch ab Mitte Oktober angehoben? Ja, da bin ich eigentlich sicher. Heute steht ja die EZB-Sitzung an. Mit welchen Ergebnissen rechnen Sie hier? Naja, man kann ja sagen, same procedure as every month. Bundesbankpräsident Weidmann hat pflichtschuldig wieder gewarnt. Der Rest der Runde ignoriert seine Worte. Das Schuldenmachen feiert weiter fröhliche Urstände. Also ich denke, dass man weiterhin einen sehr defensiven Kurs fahren wird. Auch wenn es klare Signale Erholung gibt, beispielsweise in Spanien, wird das den Markt nicht groß beeinflussen. Jetzt kamen auch frisch Autoabsatzzahlen aus den USA. Heute sind die Zahlen aus Deutschland dran. Wie bewerten Sie denn das Ergebnis? Ja, insgesamt ganz gut. Enttäuschend war eigentlich ja nur VW, die nicht so besonders gut verkauft haben in den USA. Die anderen großen Hersteller, Porsche, BMW oder auch die VW-Tochter Audi, haben ja weiter ganz gut zugelegt. Insgesamt muss man ja sagen, ist ein bisschen die Luft raus bei den sehr guten Verkäufen, die VW in den letzten drei Jahren gemacht hat, haben ja ihr Volumen ungefähr verdoppelt. Aber insgesamt bin ich weiterhin optimistisch für den, nicht nur US-amerikanischen Markt, sondern für den ganzen Kontinent. Südamerika gibt ja auch gerade besonders Gas. Also da muss man sich wegen einem Monat keine großen Sorgen machen. Für die deutschen Autobauer ist das Geschäft jenseits des Atlantiks nach wie vor ganz ausgezeichnet. Europa wird weiter schwächeln. Davon muss man leider ausgehen. Auch noch bis Jahresende. Da wird sich erstmal nichts daran ändern. Da wird vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger verkauft werden. Aber insgesamt wird das Geschäft weit außerhalb Europas gemacht. Wenn wir jetzt auf die Aktien der deutschen Autobauer schauen, wer hat da Ihrer Meinung nach die Nase vorn? Also ich würde den Zuschauern mal empfehlen, jetzt einen Blick auf die LKW-Hersteller zu werfen. Da ist die Stimmung ja noch stärker im Keller. Ist ja kein Wunder, die Absatzzahlen gingen ja zuletzt um wieder vier Prozent zurück. Aber die Auftragsbücher, die füllen sich langsam mehr und mehr. MAN hat die Kurzarbeit abgesagt. Daimler fährt in Wörth 15 Sonderschichten. Das ist eine ziemlich spannende Turnaround-Story, die für meine Begriffe noch viel mehr Potenzial bietet. Eben weil die Stimmung so schlecht ist, weil die Erwartungen so niedrig sind. Aber die Auftragseingänge, die sind doch so positiv, dass man hier den einen oder anderen Wert mal ins Depot nehmen kann. Also der LKW-Sektor durchaus einen Blick wert. Schauen wir auf Gerrisheimer, der Verpackungsspezialist, hat heute Quartalszahlen veröffentlicht. Wie kommen die Zahlen bei Ihnen an? Ja, also der Operativgewinn war ja in etwa auf Vorjahreshöhe. Das ist schon akzeptabel. Man muss ja dazu wissen, dass es einige Produktionsunterbrechungen im Sommer gab. Und für meine Begriffe ist es auch sehr schwierig, die ausgegebenen Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. 245 Millionen waren da ja ausgegeben, ein Plus von 10 Prozent. Das ist für meine Begriffe sehr schwierig im Moment zu erreichen. Jetzt will man mit einer neuen Konzernstruktur einige Millionen einsparen und das Geschäftstrimmen. Aber ich glaube, das braucht noch einige Zeit. Für meine Begriffe drängt sich ein Investment bei der Gerrisheimer im Moment nicht auf. Herr Klinsing, abschließend noch kurzen Rat an unsere Zuschauer. Wie stellen sich Anleger im Moment am besten auf in der heißen Marktphase, die jetzt eingeläutet wird? Ich denke, man kann nur einen Fehler machen und das heißt nicht investieren. Wir stehen vor einem sehr, sehr guten vierten Quartal. Man sollte die Liquidität ganz stark zurückfahren. Man sollte sich auf spannende Branchen wie LKW-Markt, habe ich eben gesagt, konzentrieren. Oder auch Märkte, die jetzt in so einer Turnaround-Story sind, wie beispielsweise Spanien. Und möglichst hohe Investitionsquoten jetzt fahren. Sagt Bernhard M. Klinsing vom Frankfurter Börsenbrief. Herr Klinsing, besten Dank für das Interview. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Vielen Dank.